Es gibt seit diesem Jahr auch eine Homepage, die heißt www.pinkgegenrassismus.de und da gibt es eine Social Wall. Jeder, der auf einem öffentlichen Facebook- oder Instagram-Kanal mit den Hashtags pinkgegenrassismus oder sportbekenntfarbe einen Beitrag veröffentlicht, so wie es zum Beispiel der TV-Revrat gemacht hat, erscheint auf dieser Social Wall. Und vor allem zu den internationalen Wochen sollten da Beiträge erscheinen werden, aber sehr gerne alles, was übers Jahr passiert, dort veröffentlichen oder wie gesagt diese Hashtags benutzen und dann werden die automatisch auf dieser Social Wall hochgeladen. Schaut vorbei und schaut euch an, wie pink unsere Sportwelt geworden ist. Also, gerne mal wieder auf diesem Januar mit Christianiberald. Und danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020